ich habe da mal wieder was aus der zum entsorgen kiste gegriffen und zwar das ding hier was ist das denn bitteschön wir haben offensichtlich einen knopf wir haben eine led wir haben hier ein paar löschelchen und offensichtlich soll man sich das anhängen okay haben unten noch irgendwie so ein port sonst nix na ja um die frage zu beantworten gucken auf die rückseite das hier ist nämlich ein sogenannter uwb tech die modellnummer tb 1000 g hat eine fcc id eine normale seriennummer und das ganze mit einem nicht wirklich gültigen ce siegel fcc bitte nicht wegwerfen und hersteller scheint tasting goal medien scheiner so viel ist auf jeden fall klar wofür nutzt man jetzt sowas uwb das steht für ultra wide band und ist eine funk technologie die könnte man auch so als yolo funk bezeichnen im sinne von üblicherweise wenn wir funk sachen haben wie zum beispiel in den esp oder sowas dann haben die eine feste frequenz wlan zum beispiel auf 2,4 gigahertz oder fünf gigahertz funk fernbedienungen teilweise 433 megahertz 868 megahertz und ja da gibt es halt eine menge uwb hat sowas im prinzip nicht stattdessen funkt man mehr oder weniger überall gleichzeitig der hat einen vorteil und zwar die wahrscheinlichkeit dass man durch jemand anderen so direkt gestört wird weil die auf derselben frequenz ist ist dann natürlich relativ gering aber man stört halt auch selber irgendwie alle gleichzeitig normalerweise sowas nicht zulässig es ist halt diese emv richtlinie man darf nirgendwo strahlen wo man nicht hingehört der trick hier ist man sendet mit einem extrem schwachen signal und verlässt sich dann auf so ein bisschen mathematik wo du beim empfangen um irgendwie das signal wieder zu rekonstruieren was jetzt der praktische nutzen uwb wird hauptsächlich benutzt um tracking zu machen das heißt also ja nicht tracking im sinne von online sondern tracking im sinne von lokalisierung dieses ding hier kann man orten und zwar relativ genau da reden wir im zweifelsfall von weniger als einem zentimeter genauigkeit das war eine zeit lang mal der heiße scheiß heutzutage er wieder in der nische verschwunden zum einen weil es nicht mehr ganz so viele anwendungsfälle gibt sage ich mal die hier waren offensichtlich zum anhängen gedacht die stammen aus der corona zeit wo man damit versucht hat dann abstände zu anderen personen zu messen und durch den eingebauten pieper hier dann bescheid zu sagen hier du kommst dicht geh mal bitte lieber wieder weiter weg das ist der hintergrund wofür hier das gerät als solches genutzt wurde heutzutage wie gesagt nicht mehr ganz so verbreitet das hat damit zu tun dass da sich so eine andere technik eingeschlichen hat und zwar hat bluetooth auch was nachgerüstet was eine ordnung erlaubt bluetooth ist dabei prinzipiell eher schlechter allerdings naja hier so ein uwb chip der kostet halt deutlich mehr als ein ding was bluetooth kann bluetooth dinger sind halt sehr weit verbreitet uwb sieht man ja selten deswegen wenn man halt da auf ein bisschen genauigkeit verzichten kann dann macht es in vielen fällen halt sinn aus kostengründen doch auf bluetooth zu gehen und entsprechend selten sind dann hier die geworden weil zappter eventuell gerade rausgehört die id sendet der hier heißt natürlich auch das uwb aus und bisschen daten von a nach b schicken kann bandbreite ist sehr eingeschränkt viel kriegt man da nicht drüber in jedem fall wurde wie gesagt die id rausgeschickt zu anderen und was auch gemacht wurde die geräte haben intern ein log geführt was denn so an begegnungen stattgefunden hat und es gab dann zentrale gateways wenn diese geräte in der nähe vom gateway waren haben die dann entsprechend dialog dahin gesendet die gateways wären sicher sehr interessant gewesen mal rein zu schauen ja die habe ich aber leider nicht so bekommen der hier den ja der wurde mir damals gegeben für dieses abstandsmessen und nie zurückgefordert und jetzt ist auch mal gut ich bin hier nicht die lagerstelle für alles deswegen wird das hier jetzt entsprechend mal entsorgt insbesondere weil hier man sieht der usb und da ist natürlich ein lithium akku drin und das wird mir jetzt langsam zu heikel den hier tief in laden rumliegen zu lassen das heißt also den möchte ich dann doch mal ein bisschen sicher gut haben ja schon gesehen hier unten ist ein port das ist speziell sagen wir mal also prinzipiell ist der bord der port viereckig hier unten was ja normalerweise nicht wirklich irgendwas ist was man kennt aber man hat innen drin etwas reingesetzt was micro usb kompatibel ist ich habe so meine zweifel dass das wirklich haltbar ist weil man halt den usb micro usb auch falschrum da reinstecken kann und dann vertraut man einfach das bisschen plastik hier drin dass das schon in die richtige richtung dann geht und nicht kaputt geht aber okay es hat anscheinend lange genug gehalten hier sehen wir aber schon zwei schrauben ich würde sagen zwei schrauben kriegen wir raus gucken wir mal wie wir das auseinander bekommen ich sehe jetzt keinen direkten eingang hier haben wir an der seite wird auf der kamera nicht gut rüber kommen da ist ganz schwach zu erkennen dass das da eventuell geschweißt oder geklebt ist also die befürchtung das wird mit einem hammer enden na gut gucken wir mal was wir denn da machen können versuchen uns mal länger als gedacht so viel länger als gedacht doch 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 da öffnet sich was dann schauen wir mal was wir haben ich gehe davon aus ein akku so ein standard charging chip 4056 oder sowas eventuell separater mikrocontroller unten ein funk modul irgendeine art von antenne natürlich mal schauen oder richtig liegen okay und da sind wir auf jeden fall schon mal ein paar sachen die ich so nicht erwartet hätte was ich erwartet hätte wäre ein akku allerdings ist der hier deutlich größer als das was ich vermutet hätte 3,7 volt also lithium zelle aber 480 milliampere stunden für ein kleines funk trocken ist das sehr ordentlich 2 0 0 5 2020 mai wahrscheinlich also jetzt auch vier jahre alt anscheinend mit einem protection hier entsprechend mit dran das geht dann aufs hauptbord der port hier unten das ist auf einem flex kabel da nachträglich dran gemacht und was mich da gewundert hat der hier kam auch noch raus und das ist tatsächlich ein gummi als dichtung das heißt das ding ist wahrscheinlich sogar halbwegs dicht gewesen hilft natürlich dann auch gegen wasser und co ja port selber hatte ich ja schon gesagt bin ich nicht so begeistert von mit diesen viereckig mit dem da unten einfach nur steg drin zu haben ich hätte halt lieber etwas mit einer standard form gehabt um es mal so um zu nennen aber gut gucken wir mal ob wir das hier rauskriegen die eine schraube auf jeden fall die andere mal gucken die sieht ein bisschen mitgenommen aus okay die hat man mit kleber gefüllt verbaut hängen sie auch was ach so was natürlich auch noch haben was ich noch gar nicht erwähnt habe ist hier dieses komplett außenrum offensichtlich hier eine sehr große antenne das scheint mir so eine art nfc zu sein vielleicht oder es ist halt tatsächlich die uwb antenne aber da hätte ich ehrlich gesagt pcb antenne erwartet aber okay ist nicht meine technik von daher alles ist möglich das plastikteil ist gebrochen dann komme auf die andere seite und richtig was los hier unten und hier ist tatsächlich eine antenne drauf okay also meine idee war nicht komplett falsch und jetzt wo ich das so sehr ja 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 hier diese antenne außenrum die hat gar keine verbindung zu hier dem bord hier gibt es keine drahtverbindung die geht stattdessen hier oben in die ecke und ich würde davon ausgehen dass in dieser ecke dann so ein standard nfc chip sitzt der dann entsprechend eine id wahrscheinlich oder die id von hier dem ding nach draußen gibt okay ich mache mal ein paar bilder und dann gucken wir mal ob wir hier ein bisschen was erkennen können was da alles verbaut ist denn es ist ja doch bisschen mehr so schauen wir uns das dinge mal an so sieht das bord aus wie gesagt ich hätte da deutlich weniger vermutet aber okay so ist es halt wir haben nur auf der einen seite hier wirklich bestückung auf der anderen geht nur hier dieses flex kabel vom usb entsprechend dran ich würde sagen wir räumen erstmal so ein paar sachen aus dem weg die relativ klar sind wir haben hier einen vibrationsmotor wir haben hier einen beeper wir haben hier den taster und wir haben hier unten uwb 06 das dürfte dann wohl die antenne sein kann man auch relativ gut erkennen wenn wir hier gucken da geht ein trace raus über einen kondensator hier dem wahrscheinlich ein knarzwitscher oder kombiner und dann in diesen chip hier rein okay die grundsachen sind also klar jetzt haben wir noch jede menge hühnerfutter und ecs ich denke das hühnerfutter können wir weglassen es gibt schon ein paar sachen die wir sehen können der bereich hier das wird der komplette uwb part sein wir haben hier oben einen stromversorgung haben hier den hauptprozessor mit entsprechender dual led wahrscheinlich in zwei farben blinken kann und dann haben wir hier jede menge power management gedöhnen oder irgendwas in diese richtung gut gehen wir mal chips durch das erste was uns auffällt diese na1 gd oder was das ist hier davon haben wir direkt drei stück das werden vermutlich diese dinge hier sein wenn wir hier gucken bei aliexpress gibt es ein angebot für na1 transistor npm 45 volt ein halbes ampere das könnte auch durchaus hinkommen dass das genutzt wird um dinge ein und aus zu schalten hier oben könnte ich mir zum beispiel vorstellen dass damit hier das geschaltet wird und das ist dann eine stromversorgung für den funk teil dass man den nur bei bedarf einschaltet einfach batterie zu sparen und hier unten der der dürfte wohl recht sicher den motor an und aus schalten hier oben keine ahnung wahrscheinlich irgendwas mit dem akkumanagement oder ähnliches den hier den konnte ich nicht wirklich finden es scheint auch ein transistor zu sein irgendwas tut aber wie gesagt nichts gefunden eventuell dass es ein bcw 61 ist das wäre dann ein pnp transistor so als ergänzung zu den npns die wir hier hatten aber wie gesagt nicht 100 prozent sicher wo ich mir sicher bin dass es der hier 57 b 3 57 b 3 paket auch hier wieder bei aliexpress was zu finden sieht identisch aus das wäre ein tp 40 57 ein 500 milliampere lipolader oder ionlader das kommt natürlich sehr gut hin wir haben hier einen akku drin der muss geladen werden per usb passt also 100 prozent hier an die stelle dann haben wir hier den noch der hat auch eine beschriftung und zwar p a b g 9 steht da drauf und ich vermute dass das ein bf 12 10 ist das wäre ein dual end channel mosfet hätte ich an der stelle jetzt nicht erwartet weil so dual zeugs meistens teurer ist als einzelne und okay platz wäre wahrscheinlich noch gewesen aber vom gehäuse kommt es hin von der nummer kommt es hin von daher ja könnte sein dass das hier so ein ding ist viel kann er nicht 6 volt maximum und das auch nur bei 30 milliampere also okay keine ahnung was man mit dem ding hier macht aber wir sehen ja hier auch das ist irgendwas spezielleres weil da irgendwie noch mehrere gates in jedes von diesen ja hier ist als verstärker dargestellt wahrscheinlich dann die mosfets reingehen also okay sieht seltsam aus auf jeden fall aber das wäre jetzt halt meine vermutung für den hier bleibt noch der hier oben da sehe ich ein j7 v leider auch nichts wo man sinnvoll was erkennen kann eventuell s 807 high precision voltage detektor wir gucken battery checker power failure detektor und solche sachen das könnte ich mir an der stelle vorstellen wir sind ja hier in der ecke wo mit der batterie gearbeitet wird also eventuell das last but not least hier oben der jetzt hier auf dem bild nicht gut sehen aber das ist 16 af steht da drauf und ich hatte eben ja schon gesagt das wird stromversorgung sein man sieht hier den klassischen aufbau wir kommen rein wir haben den kondensator hier gehen durch den chip durch auf eine spule die spule wird vom chip geschaltet noch mal ein bisschen ausgangsfilterung hier hinten dass hier wahrscheinlich dann auch noch mal eine spule und ab da geht es dann weg das heißt wir können relativ sicher sein dass das hier ein schaltregler ist der da entsprechend die spannung ändert und wenig überraschend hier sehen wir wieder ein bild 16 af das wäre dann der tlv 625 69 dbvr und das sind zwei ampere hocheffizienz synchrones back converter das heißt also extrem effiziente sachen für strom von a nach b zu machen wichtiger punkt hierbei ist synchrones das kann man auch relativ gut erkennen wenn wir uns mal hier diesen block angucken und mit einem typischen back oder boost vergleichen dem man sonst so sieht dann fehlt ein bauteil und zwar hier ist keine diode drin stattdessen nutzt hier der dann zwei punkte da drin zwei wahrscheinlich dann mosfets oder ähnliches um entsprechend die diode zu ersetzen und das intern zu schalten hat den vorteil dass man nicht den spannungsabfall von der diode hat und entsprechend eine höhere effizienz erreicht und ja das ist halt das was wir jetzt hier drin haben was wir relativ einfach sagen können ist der mikrocontroller hier aber ich denke die meisten von euch haben den schon erspäht und kennen den auch ganz gut stm 32 f 103 cbu 6 stm 32 also 32 mit mikrocontroller 103 auch recht bekannt ich meine die sind auf so entwicklungsboards wie dem blupel und so weiter verbaut ist halt standard mittelklasse wenn wir hier uns das angucken am cortex 32 bit cpu cortex m3 72 megahertz als maximum 3,3 volt operation und ja das übliche zeug halt mit dabei interessant bei dem war zum beispiel das usb auch direkt mit dabei war aber ich glaube über usb konnte man bei hier den noch nicht programmieren prinzipiell ist das wie gesagt ein sehr verbreiteter chip mich wundert ehrlich gesagt dass er hier drin ist denn wie gesagt dass hier stammt so aus der corona zeit und zu der zeit gab es da so ein bisschen sehr große lieferprobleme heißt also diese chips waren quasi unoptanium die hat man nur sehr schwer noch bekommen aber der trick liegt hier hinten das ding ist nicht für corona entwickelt worden 2009 10 abort ich gehe davon aus dass wurde da schon vorher gefertigt und die hatten halt noch was im lager da kommt das her gut was haben wir noch wir haben noch den hier den kann ich so gar nicht finden wenn wir von der seite gucken ge1 us in einem sehr markanten gehäuse wie gesagt ich konnte kein datenblatt dafür finden ich könnte mir vorstellen dass das eventuell eine imu ist also ein gerät was lage änderungen beschleunigungen und so weiter feststellen kann ich weiß nicht warum das hier drin sein sollte denn mir ist jetzt nicht bekannt dass das ding irgendwie eine bewegungserkennung oder sowas hatte aber das wäre jetzt so meine vermutung was das hier sein könnte einfach weil das ein gehäuse ist was man sehr häufig bei diesen teilen findet und auch die nähe zum mikrocontroller das könnte in die richtung gehen aber wie gesagt es ist nur eine vermutung bleibt dann nur noch eins der große rote fleck wir wissen dass das ding funk macht wir wissen dass das ding uwb macht aber mehr weiß ich da dummerweise auch nicht ich habe den roten punkt mal abgepittelt dann sieht das hier so aus p as 3 ph 19 38 das hier wird wahrscheinlich 38 woche 2019 sein aber p as 3 finde ich absolut nichts was da passen dürfte ich meine wir können uns recht sicher sein dass das ein sehr spezialisiertes ding ist was auch wahrscheinlich noch aus den frühen entwicklungen von uwb ist wir werden irgendwo eine anbindung haben von dem hier an den mikrocontroller wir haben hier oben eine stromversorgung die wahrscheinlich diesen chip hier versorgt der hat hier seinen eigenen quartz mit dabei entsprechend dann hier oben ist ein bisschen entkopplung für die stromversorgung und dann haben wir eine darf ich hier nicht sagen tonne an passiv komponenten die alle irgendwie zum filtern wahrscheinlich genutzt werden das ist eine menge gerade hier kondensatoren und widerstände hätte ich vermutet dass man die auch auf dem chip irgendwie unterbringen kann von daher würde ich vermuten dass das hier intern irgendein generischer transceiver oder sowas ist den man geholt hat und den man dann irgendwie da um designt hat um uwb zu machen naja es geht am ende jedenfalls einen datenkanal hier rein und hier unten kommt wie wir sehen können zwei rf kanäle oder radio kanäle raus die hier dann in dem hier umgewandelt werden in antennen ding und dieses antennen ding das ist dann hier unten in dem fall gekoppelt auf diese keramik antenne hier alternativ könnte man auch das bauteil hier ich wollte sagen drehen aber der footprint ist falsch der hätte eigentlich hier sitzen müssen dann hätte man das ausgangssignal nämlich hier hin leiten können und das ist ein footprint auf dem man so einen antennen verbinder für externe antennen drauf machen könnte na gut ich denke damit haben wir das board hier durch wissen grob was sie gemacht haben eine menge auf jeden fall sehr viel zeug was irgendwie power zeugs macht die aufteilung in hauptprozessor und funk modul und ja allgemein scheint das nicht sehr integriert zu sein sondern man hat halt fertige bauteile geholt und aneinander gestückelt was hier für so eine anwendung auch jetzt keine schlechte idee ist ich meine der platz ist da ob die karte jetzt ein bisschen größer oder kleiner ist das ist meistens nicht die sache und ja standard bauteile sind meistens halt auch ein bisschen günstiger das teure hier in der sache wird der hier gewesen sein einfach weil es so nur ja damals noch neue technologie ist die auch wahrscheinlich immer noch nicht so wirklich verbreitung gefunden hat und ich sage ja den chip finde ich nirgendwo das muss also schon etwas gewesen sein was dann irgendwie sehr speziell ist na gut würde ich sagen gehen wir noch eine runde ans messgerät gucken was das ding so sagt ok was meint er soll probieren ob das ding noch mal zum leben erweckt werden kann und mal hier netzteil stellen dass man auf irgendwie 4 volt ein plus haben wir links hat noch geleuchtet kurz zumindest mal irgendwas da drin ist noch am leben wäre auch ein wunder wenn nicht denn so alt ist das ding jetzt auch noch nicht wie gesagt vier jahre das ist für elektroniker kein problem für den akku eventuell wie gesagt der lag jetzt sehr lange vermutlich tief entladen gleich mal gucken irgendwie die spannung da aussieht wobei einzelzellen eigentlich auch relativ robust sind bei lithium mal gucken der ist hier eingeklebt muss man wahrscheinlich ein bisschen alkohol drunter machen mal hier direkt auf den akku gucken mit glück hat einfach die protection oder die steuerung hier von dem ding früh genug abgeschaltet und das ding ist tatsächlich auch noch in ordnung aber lithium ist halt etwas wo ich ungern ein risiko eingehen ja was den stromverbrauch angeht ich habe das hier mal geplottet in dem fall hier 20 milli volt pro kasten eine milli volt entspricht einem milliampere wir können jetzt hier relativ gut sehen hier war ausgeschaltet dann habe ich eingeschaltet und wir haben jetzt hier zum einen hier immer mal wieder so hohe punkte wo er mal kurz hoch geht und dann haben wir diese blöcke hier wo er entsprechend längere zeit hoch ist mal hier bei diesen blöcken gucken die gehen hier oben auch gegen das heißt also 140 milliampere plus das finde ich jetzt nicht erwartet aber das ist jetzt so das muster was das gerät so an den tag legt und das scheint sich auch nicht zu ändern heißt also das hier ist das was wir erwarten können wenn das ding in anführungszeichen nicht benutzt wird das heißt also seine position sendet und empfängt aber keine kommunikation jetzt mit dem anderen gerät oder sowas da habe ich nichts anderes in der nähe das heißt ich kann da nicht prüfen ob sich da das muster dann ändert speaking of muster ich habe hier mal eingezeichnet vom beginn von hier so einem bereich wo wir viel strom brauchen bis zum ende also wahrscheinlich das wo er aktiv dann sendet das ist relativ genau eine sekunde die wir da haben dann der bereich zwischen diesen beiden großen teilen hier das heißt von hier bis hier das sind wie wir hier sehen können fünf sekunden und wir haben ja auch diese kleinen blips man kann es ja wahrscheinlich schon erahnen aber von blüpp bis blüpp ist es auch wieder eine sekunde das heißt also jede sekunde gehen wir mal kurz hoch wo wir kurz aufwachen und alle fünf sekunden gehen wir dann für eine sekunde in den sendemodus das heißt also insgesamt dauert hier so ein bereich sechs sekunden und dann wiederholt sich der ganze kram um da mal noch ein paar werte zu bekommen habe ich das hier auch an meinem ja mobile communication stc source gedönse da mal angeschlossen auf gut deutsch einmal auswerten lassen im ich schlafe modus das heißt also diesem zwischen den eine sekunden bereichen wo er nichts macht da liegen wir bei knapp 4 milliampere dann haben wir diese kurzen sachen wo der prozessor aufwacht da sind wir hier bei 43 5 also sagen wir mal 45 milliampere wobei das halt nur ganz kurze pulse sind die können wir also denke ich ignorieren aber wir haben ja den bereich wo er sendet und das sind mal eben knapp 145 milliampere das ist ordentlich können wir mal ein bisschen hier berechnung machen schnappen uns mal eine tabellen kalkulation und was haben wir gesagt 145 milliampere für rf und das andere waren vier mal gesagt die batterie selber die hat 480 milliampere stunden können wir ja mal rechnen wenn wir das jetzt mal hier eintragen 480 milliampere stunden dann ein sechstel bei 145 milliampere fünf sechstel bei 4 milliampere das rechnen wir zusammen sind 27,5 milliampere stunden oder eher milliampere pro stunde macht dann also knapp 17,5 stunden die wir hier an akkulaufzeit haben das heißt also ein arbeitstag hält es durch mehr zumindest hier in der konfiguration nicht die konnte man nicht in standby schicken oder komplett ausschalten das heißt also musste man jeden abend nachladen was wir noch haben das ist hier außenrum diese antenne die habe ich auch mal ausgelesen und ja es ist irgendein myfair classic ic allerdings ist sich hier diese app nicht ganz sicher was das sein soll anscheinend sehr viele nahverkehrsverbände die das ganze nutzen ich persönlich würde ja die bib card in dem fall hier bevorzugen weil 45.500 dollar das klingt nach einem gut haben was man gerne haben möchte aber spaß beiseite von den id's die ausgelesen wurden ist nichts identisch mit der id die auf der rückseite vom gerät auf dem etikett stand von daher ich gehe mal davon aus dass man da vielleicht noch einen schlüssel braucht oder das irgendwie abgeleitet wird zumindest mal nichts zu sehen was direkt da irgendwie eine sinnvolle zuordnung direkt im plaintext zulassen würde was den funk angeht ja das ding soll eigentlich irgendwo bei 6,1 bis 6,9 gigahertz rumschwirren ich habe mal grob drauf geguckt aber das ist auch etwas außerhalb meiner messbereiche ich sehe da zwar irgendwelche sachen aber die kommen von anderen geräten also da ist so nichts zu erkennen wie aber ja eben schon gesagt die dinger hier die funken auf einem extrem breiten band und ja das ist mehr oder weniger so nach dem motto wir haben kein signal sondern wir machen einfach noch ein bisschen mehr rauschen es hat halt den vorteil dass es meistens andere nicht stört wenn sie nicht gerade eh schon an der rauschgrenze sind aber den nachteil dass man halt nur sehr schwer das signal rekonstruieren kann und ja entsprechend ist es dann auch nicht wirklich möglich da mit den augen irgendwie einen unterschied zu sehen es sind viel zu geringe leistungen die dann in dem bereich ankommen den ich mir hier angucken kann und wenn wir gerade hier online gucken die firma die gibt es anscheinend sogar noch und die bieten auch immer noch die sachen an wenn wir hier gucken bei uwb tex tb1000g hey der kommt mir irgendwie bekannt vor der wird also tatsächlich noch wohl hergestellt und verkauft gibt es wohl auch noch mit einem lc display oder epaper in entsprechender uhrenform oder so als helmanhänger also verschiedenste formen details scheint es nicht zu geben man kann jedenfalls nichts darauf klicken dazu gehören diese gateways hier die dann entsprechend die positionsbestimmung ins netzwerk bringen können und wenn wir gucken hier sehen wir halt auch diese zehn zentimeter an genauigkeit die ich da eben auch schon angesprochen hatte und ja hier ist auch dieser aufbau erklärt tech for people tech for assets tech for vehicles gerade bei people und vehicles bin ich dabei people können halt nachladen und bei irgendwelchen staplern oder so hat man ja meistens eine externe stromversorgung die man nutzen kann bei assets wird schon schwierig und dann gibt es entsprechend die vernetzten gateways die irgendwo rumhängen und das dann an zentralen server oder ähnliche sachen da übermitteln und so kann man dann die position von personen oder fahrzeugen dann zum beispiel in einem unternehmen oder so dann die ganze zeit tracken ja und das war dann hier dieses wie ist das ding tb 1000 g dieser uwb tech um entsprechend da positionsbestimmung zu machen es ist auf jeden fall eine interessante technik die sich aber wie schon gesagt nie wirklich so groß durchgesetzt hat war mal interessant hier rein zu gucken und ich bin ehrlich gesagt positiv überrascht ich hätte nicht gedacht dass das ding wirklich dann noch wasserfest in anführungszeichen ist auch wenn kein ip rating oder so drauf steht aber es waren halt dichtungen drin und auch sonst sieht es ganz gut verschweißt aus batterielaufzeit natürlich ja das ist halt nichts was man irgendwie an produkte oder so dran machen würde ich nicht jeden tag seine produkte nachladen aber dafür war es ja offensichtlich auch nicht gedacht das war ja tatsächlich um personen innerhalb von einem gebäude zu lokalisieren oder ähnliches und und dafür es hat offensichtlich funktioniert und ist für diese anwendung auch brauchbar brauchbar heißt aber natürlich nicht dass man es auch noch heute brauchen kann jedenfalls habe ich keinen anwendungszweck dazu auch wenn es technisch wahrscheinlich noch das tun würde was es soll das ganze Zeit gibt es jetzt muss ich nicht viel mehr wissen wird es auf jeden Fall